Die Zeit für Helden ist vorbei. Keine letzten Widerworte, Dr. Jones. Doch kommenden Freitag... Wenn irgendwer den Schädel findet, dann sieht. Sie haben Zeitlevens nach Antworten gesucht. ...wird er es allen... ...at deiner Stelle würde ich mir jetzt die Ohren zuhaken. ...noch einmal zeigen. Und Sie sind Lehrer? Halbtag. Das Abenteuer... Nimm doch bitte die Hände runter, du machst uns ja lächerlich. ...hat wieder einen Namen. Das ist nicht gut. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Freitag, 20.15 Uhr pro 7.